Die Ludki. Die Ludki, oder auch Lütchen genannt, waren ein Volk kleiner Menschen, die besonders am Schlossberg in Burg zu finden waren. So groß wie ein Finger sollen sie gewesen sein, und sie trugen rote Jacken und Mützen. Der Sage nach waren sie die ersten Bewohner der Urlandschaft des Spreewaldes, und sie wohnten in Höhlen unter der Erde. Als die Sorben in den Spreewald kamen, verschwanden einige Ludki in die Wälder, andere blieben in friedlicher Nachbarschaft bei den Menschen wohnen. Diese sogenannten Hausludki kamen durch Mäuselöcher oder unterirdische Gänge und liehen sich Werkzeug oder andere Sachen. Sich mit dem Ludki zu verständigen war für die Sorben aber schwer, denn in ihrer Sprache verneinten die Ludki alles. So sagten sie, wenn sie sich ein Backfässchen zum Brötchenbacken ausleihen wollten, »Borgt uns euer Nicht-Backfässchen, wir wollen ein Nicht-Brötchen backen!« Schenken durfte man einem Lütchen aber nichts, sonst wäre er beleidigt gewesen und hätte das Haus für immer verlassen. Aber verließ ein Ludki ein Haus. So ging das Glück der Bewohner mit ihm. Die Ludki selbst aber waren gütige Geber, so beschenkten sie jeden, der ihnen etwas lieh, zum Beispiel mit Brot. Das fanden die Sorben aber seltsam, denn das Brot war grob, grau und klebrig. Aber das Geschenk abzulehnen wäre fast genauso schlimm, wie ihm eines zu machen. Mit den neuen Siedlern wuchs der Einfluss des Christentums im Spreewald. Die Hausludki störte das wenig. Sie ließen sich sogar taufen, heirateten oder hielten Gottesdienste ab. Den Ludken aber, die in den Wäldern wohnten, war das Läuten der Brumbaki, so nannten die Ludki die Kirchenglocken, zu laut. Der Sage nach verschwanden die Ludki, als die Kirchen im Spreewald Einzug hielten. Wohin sie aber gingen, weiß niemand so genau. Einige meinen, sie gingen in ihre Höhlen zurück und starben dort. Andere wiederum, sie seien weiter nach Osten gezogen. Aber zuweilen behauptet jemand, die Ludki würden weiter unter den Häusern wohnen. Und manche sagen sogar, sie hätten schon einen Ludki gesehen.